Daher muss ich einfach nur ruhiger sein bei dem Spiel. Ah, da kommt das nächste Ziel, wo ich durchdrehe. Ah! Oh nein, nicht wie der Horst. Überbitte dieses 5 Kompo-Punkte, wenn du stürzt, bekommst du einen Horst-Bustaben. Ist der Horst komplett verloren. Ah, der Horst. Äh, hallo? Ah, I need a half-five to police. Ja, 20.000 ist doch kein Problem. Komm mal, wir haben jetzt schon 20.000. Haben wir jetzt schon 20.000? Jetzt haben wir 20.000. Gut gemacht. 30.000 Punkte. Ihr müsst immer nur dasselbe machen. Immer nur dasselbe machen. Immer nur dasselbe machen. Und wieder einmal. Ja. Ja, das war mir fast sowas und klar. Guck mal, das reicht nicht. Diese scheiß Lipdricks, die sind einfach so übermaßen mächtig. Ich glaub das war auch wieder... Fick dich doch. Ich glaub das war aber auch wieder nur in dem Teil hier. In den PS2-Titel sind die auch nicht so ganz heftig. Scheiße, ja man. Fick dich, ich war noch gar nicht fertig. Du nur Tondon. Guck mal. 25.000 Punkte, ich sag hier, nur bei... mit Bahle Tricks machen... nuhh, 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 nuhh... will ich übrigens gemacht hätte... Manuell Punkte, äh... wenn man die Kick-Flips dann есть schon eine... kroon herein, automatisch die höhere... ...Wahlpunktzahl. Rock. untstock die schon 70.000, glaub ich. Und das ist schon nie mehr. Bopp. 2 zu schlagen Punkte. 60.000. War natürlich auch nicht schlecht mehr, wenn ich mir merken würde, wie einige... Ich hasse es, ey. Ich drück doch gar nicht. Ich will doch einen Lip-Trick machen. Super, jetzt bin ich hier in der Ecke gefangen. So wenig Punkte. Halt die Fresse. Ey, einfach nur die ganze Zeit Lip-Tricks machen. Ey, was ist denn das, ey? 60.000 Punkte, ey. Ich sag ja, ich muss auch nicht reingebuttert haben hier in den Lip-Dingern. Oder warum? So, 90.000. Klopp. Dabei versuche ich hier die ganze Zeit nur Dings hier. Da, ich versuche einfach nur... Ich weiß doch gar nicht, wie wir sie schaffen. Guck mal, hier. Nein, der macht schon wieder... Du sollst immer hin, du Arsch. Nein. Das war mir klar. Das war mir klar, du Nuttensohn. Oh, nein. Ich fang gleich wieder mit den Nächsten. Na, 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 na. Ich bin noch nicht fertig. Oh, ist viel geschlagen. Paco. Oh, Gott. So leicht ist es hier und ich verkacke. Dann mach ich mal nur scheiß Lip-Tricks, ey. Fick dich, ey. Das ist doch langweilig. Wenn der mal Lip-Tricks macht. Wenn der mal will ich ja Lip-Tricks machen und der macht keine. Blöden Haft-Weibs, ey. Alles scheiße hier. Alle Haft-Weibs sind so komische Halb-Dinger hier. Gut gemacht. 30.000 Punkte. Ja. Und wer versucht natürlich gleich wieder Dings zu machen hier? Ein Lip-Trick. Ja, und das ist doch wieder ein scheiß Dings hier. Den kleinen Hundertensohn, ey. Mann, hör doch mal auf, ey. Oh, Mann, ich hab doch gar nicht beendet. Ah, 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 ah. Das hasse ich auch immer. Du kommst, was ich beenden willst, ne? Und er beendet die Trotz. Geht mir keine... Obwohl du drückst. Ja, ich drücke... Ah, verdammt. Ich vergesse immer bei diesen scheiß Horst-Dinger, dass du ohne keine Kick-Clips oder so machen darfst. Ich versau mir selbst, ne? Oh, oh, oh. 4.000. 5.000. 5.000. Toll, toll. Ich sage, ich versau mich schon wieder selbst hier. Oh. Aua, Mann. In Stimme, tut schon scheiße weh. Scheiße, ey. Na, danke, dass du Lips-Trick machst, du Arsch. Na, toll. Das habe ich zwar auch nicht mal Punkte, aber kaum normale Punkte. Toll. Das sind 60.000, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mal 12. Mal 5. Nee, sind schon... Nee, sind noch keine 60. Aber jetzt sind das 60. Was? Ich muss noch einen schlagen. Oh, toll. Das sind 60.000, das ist eigentlich viel. Eigentlich. Eigentlich. Oh, Mann, du Arsch-Kick. Warum? Ich drücke die drei Tassen und ne kleine Arsch-gefickte Missgeburt. Und er macht keinen Lip-Trick. Nein, er grindet schon wieder. Wer sagt, dass ich grinden will? Niemand. Dieses Level ist dumm, ey. Überall sind nur diese scheiß-haltgaren Half-Pipes, wo du keine wirklichen Lip-Tricks machen kannst, ey. Mein. Oh. Nicht richtig, Quasi. Ich will einen scheiß-Tinch machen. Einen scheiß-Pinch-Brancher. Und nicht mal das lässt du zu, du kleiner Wichser, ey. Oh. Jetzt springt er rüber. Oh, du bist so ein kleines, gewichstes Touren, so ein Kind. Was ist denn das? Ich will jetzt so einen scheiß-Binze ranzumachen und er springt über die scheiß-Half-Wive. Was ist denn das scheiß-Problem, du kleiner Wichssohn? Okay, das war jetzt meine Schuld, dass ich gegen die Wand gejügelt bin. Er macht immer das, was er nicht soll. Was ist denn das, ey? Mann, diese Spiele machen die wahnsinnig, ey. Schon wieder. Fick dich. Du kleiner Wichser. Mein. Gott. Ahaha. Schon wieder. Was ist denn das? Boah. Aber wenn du so nicht mit uns, du dummestückst. Scheiße, ey. Boah. Ist das auch so dumm. Wir müssen irgendwie sechsmal Kombo-Dinger machen. Was denkt sich sowas denn aus? Als wenn es nicht reicht, jetzt ist das schon genügend Kombo-Score-Dinger. Nein. Wir machen noch mehr Scheiße. Ja. Geil! Kombos, ja! Ich kann ja gar nicht mehr reden, ey! Weil meine Stimme schon weh tut, ey! Ist das eine Scheiße! So ist das eben, wenn man so einen Müll spielt! So einen Haufen Müll! Da wird man schon der Angry Video Game Nerd und dreht man so einer Scheiße durch, ey! Da weiß man wieder, warum der Angry Video Game Nerd so böse wird, ne? Haha! Ah, wir sind ja Scheiße! Da spiel ich nicht mal Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ne? Haha! Haha! Aber wirklich die Dressetto hier! 130.000, das klingt viel! Aber ich sag ja! Jetzt will ich wieder nach... Scheiße, komm! Ja, genau, danke! Oh nein, dann geht das hier in Einzug durch! Bis er wieder irgendwie Scheiße baut! Oder ich Scheiße bau! Oh nein! Oh Mann! Ich hab doch gar nichts! Ich bin ein bisschen scheiße! Ich sag ja, du Kleidung wird sind! Oh Mann! Ich bin der... Nein! Hör auf! Mann! Jetzt fängt das schon wieder an, irgendwelche Scheiße zu machen! Oh Mann! Jetzt macht er wieder diesen Lip-Trick, ja! Aber ich glaub 80.000 nicht mal das letzte Teil! Mein Gott, ey! Zieht das am einen Ende durch und dann macht er wieder Kacke! Dann macht er kein Spinteresse! Dann macht er nichts, ey! Hurensohn, ey! Fick dich, Ziel! Fick dich! Ich kann schon fast nicht mehr reden! So heißer bin ich, ey! Dreckscheiße! Alles Drecks-Ziele, ja! Fick dich mit deiner Amateur-Ziele! Kannst du in den Arsch schieben! Kleiner Hurensohn! Ja, Fick dich! Toll! Profi-Ziele! Kannst du auch in den Arsch schieben! Gib mir mal schon meine Scheiß-Statistik-Punkte aus! Obwohl die ja eh... für die Katz sind! Ja, laden das Hauptmenü! Schneller! Ich weiß, du bist eine Playstation! Trotzdem mach hin! Statistik verbessern! Da gibt's nicht zu verbessern! Gott, ist der wirklich so katastrophal! Gott! Schluck! 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 Ich kall's nicht mal aus! Das ist katastrophal, ey! Und wie wollen wir wenden, dass er trotzdem nicht wirklich gut ist? Na, na, nice! Äh, Speichern wäre auch nicht schlecht, ne? Speichern! Hallo? Wo ist denn Speichern hier? Nur Spiel, glaub ich! Sooo! Bevor wir jetzt irgendetwas Neues anfangen an Levels, versuchen wir jetzt mal die Profi-Scores bei den anderen Levels zu machen! Oh Gott, die Levels sind auch scheiße gewesen! Warum haben wir alles so scheiße in diesem Spiel? Äh, 20 von 20 Zielen fertig! Eigentlich von 28 Zielen fertig! Das heißt, hier haben wir die Profi-Scores schon, äh... Ja, die Profi-Dinger hier schon frei! Okay! Krass, kratz! Ja, hier haben wir auch irgendein Ziel nicht gefunden, ne? Hier war es definitiv! Ah ne, Kona! In Kona habe ich ein Ziel nicht gefunden! 22! Okay, 22 Ziele sind's! Dann hast du die Profi-Dinger frei! Also hab ich noch nicht alle frei bei College! Also starten wir erst College! Und ich trinke in der Zeit was! Vielleicht wird dann meine Stimme ein bisschen flüssiger! Ha! 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 Ich hoffe mal! So ne Scheiße, ey! Wieder nur verkacken und das Spiel machen, nicht was es soll! Ich sag ja! Ich schieb's mir mal auf die Tournirx-Burz! Geht da! Zwei Engine! Ha! 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 Ich bin nicht so schnell enttrinken, Mann! Bespiel! Äh! Ja! Kann losgehen! So! Welches Ziel fehlt mir! Ich glaub dieses... Dieses schöne Kombo-Zielen, ne? Wo ich einfach zu, äh... Ja, zu schlecht bin! Also... Nicht hoch genug geflogen bin! Dass du es definitiv mit den Anfangs-Zinger nicht schaffen konntest! Kombo gib alles! Das Kombo halt die Fresse! Ach ja! Oh! Das ist dieses Kombo-Dumme-Kombo-Ziel gewesen! Wo du da einfach nicht hoch kamst! Außer du sagst, volle Geschwindigkeit! Volle Geschwindigkeit! So! Jetzt kommst du da, glaub ich, hoch! Mit Glück! Ja! Und dann ist es... Immer noch schwer! Weil du... Guck mal hier! Du musst nach da oben! Und dann musst du... Ich glaub so, wer hat sich denn das ausgedacht? Äh! Und das in der ersten Scheiß-Welde! Schön! Falsche Richtung! Wie gesagt! Und dann in die ersten Welte! In College! Und das ist nicht mal Profi-Ziel! Nicht mal fang im... Haha! Komm, mein Stimme! Nicht mal fang im Profi-Ziel ist das! Okay! Ich kann schon nicht mal... Nicht mehr... Äh! Ja! Hochheben! Nein! Falsche Richtung! Mann! Gott! Du Fotzensohn! Los! Ja! Gib mir die! Nein! Äh! 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 Das ist alles scheiße! Das ist so scheiße! Wie denkt sich das aus so einem Müll aus? Ey! Du bist voll aufgepäppelt und das... Kommst doch trotzdem nicht hin! Außer du... Warum bist du jetzt wieder so langsam? Oh ja! Super toll! Yeah! High Speed! High Speed Toni! Oh! Ich hab das M schon gekriegt! Toll! Wir müssen nur noch... Da! Ein paar andere Buchstaben kriegen! Fick dich! Ich bin ja nur voll aufgepowert, ne? Ich hab ja nur volle Statistik-Dinger im fucking Way gemacht und trotzdem falle ich in Nullkoma nichts hin! Scheiße ey! Drecksspiel! Dreckslevel! Drecksziele! Dreck, 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 Dreck! Alles Dreck! Ah! Pack! Jetzt springt er wieder hoch! Und ich muss jedes Mal wieder irgendwie... Äh! Behinderte Tricks machen! Damit meine Special-Leiste sich füllt! Äh! Damit ich überhaupt nach oben komme! Oh! Wenn ich den wieder treffe und dann treffe ich den Nullkoma in der Scheiße! Mein Gott ey! Drecksspiel ey! Drecksspiel! Da kann man extra locker ne Engel-Video geben. Das wollen wir nicht über das Scheißspiel! Aber Engel-Generd hat glaube ich wahrscheinlich nie... Oder... James hat wahrscheinlich nie Tony Hawk Teil gespielt. Seine Ära war ja so die Playstation... Die Nintendo Ära, ne? Hallo NDS! Die sind ja auch knüppelschwer die Spiele, also... Ja, da gab es auch sehr viele Spiele wo ich mich aufgeregt habe. Aber nichts hier regt mich gerade so doll auf den Tony Hawk! Nein! Weiß nicht! Ich glaube ich habe sogar das Ziel einmal hier... Oh! Gepoppt! Da! Ich habe es geschafft! Hat es auch unglaublich ein bisschen gedauert! Haben wir das irgendwann geschafft und jetzt... Oh! Wieder so ne Scheiße hier ey! Mein Gott ey! Dommes Spiel ey! Oh man ey! Dann... Dann steigt er auch immer so langsam ein ey! Dann musst du wieder hundertmal Dings machen... Dann ist in der Zeit deine Scheiß... Ja genau! Dann ist deine Scheiß... Deine Scheiß-Wheel... Balongst wieder im Arsch! Das ist so... Dumb! God! Was haben die sich einfach nur bei... Oh! God! Hey! Kannste auch wieder... Zitieren! What are they thinking? Was haben die sich dabei gedacht ey? Ja man ist das eine behinderte Scheiße! Oh! God! Das ist so dumm das hier! Oh! Gott ey! Ey! So dumm! Jetzt haben wir den Vergasch! Jede Zeit wieder... Köper! 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 Entweder du bist langsam oder... Dann musst du aber springen! Aber dann musst du auch jedes Mal mich wieder neu finden! So gesagt! Weil... Alles wieder zurücksetzt! Alles... Oh Gott ey! Und dann springst du eine Minute Sekunde wieder spät ab und dann hast du wieder nicht genug Geschwindigkeit! Ohhhh! Spaß! Komm! Geh da hoch du Putinsohn! Ja, Mann, und verliere ich keine Geschwindigkeit. Ach, komm. Ach, komm. Ja, fick dich. Kack. Kacke, ey. Fick dich. Scheiß-Drecks-Ziel, ey. Scheiß-Drecks-Level. Behindert. Verfickt. Drecksnoten-Sohn. Nein, Gott, ist das dumm, ey. Scheiß-Pisse. So. Da wir das jetzt noch so einen Weg haben, wo sind die anderen Ziele, die neuen Ziele sind, jetzt neu gespawnt, oder muss ich das Level dafür verlassen? Keine Ahnung. Und wenn dann die Level zu büren, äh, die Level zu die Ziele aufbestimmt, wieder extra Hurenton-mäßig. Hurenton-Plus-mäßig. Oh, ich muss eigentlich aufhören, ey. Ich raste hier schon so aus. Ich kann überhaupt nicht mehr reden. Ich bin heiser. Äh, das ist eine Scheiße. Ich weiß gar nicht, wann kriege ich überhaupt die Ziele frei. Äh. Weil der zeigt dir ja an. 22 von 28. Ich vermute mal, ich muss rausgehen und wieder reingehen, oder? Was musst du immer machen? Ich weiß gar nicht. Ja, ich stehe nämlich vor 22 und 28 Zielen. Und hier unten steht noch... Karriere-Amateur. Ich weiß gar nicht, muss man das irgendwie umschalten? Oder musst du alle Levels eigentlich 100% schaffen, damit du die nächsten Level frei kriegst? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube, das kann so sein. Dass ich jetzt alle Levels ja eben die 22 Ziele schaffen muss, damit ich eben, ja, das frei kriege, was ich meine, ne? Und ich habe auch keine Ahnung, ob ich hier die Ziele noch schaffe, was mir hier nochmal fehlt. Ich könnte nachgucken, aber es sind locker wieder irgendwelche Ziele, wo ich nicht weiß, was ich zu tun habe. Ja, das sind die besten Ziele. Womit das Spiel auch nicht wirklich sagt, was ich zu tun habe. Oder was ich tun soll. Und wie ich es tun soll. Gott! Geil! Eine Stunde fluchen! Geil! Und ey, tun wir auch. Skitter 4 bestätigen Haus fluchen, ey. Das fuhre ich mir überhaupt an, ey. Warum spiele ich nicht die ganze Zeit Minecraft oder so eine Scheiße, ey? Da kann mir sowas nicht passieren mit so einer Kacke, ey. Da muss kein Skill für, da brauchst du einfach nur irgendwelches Klötz, ey. Oder Spiele, die du innen und ausländlich kennst. So wie wie Postworte. Das kann ich im Traum, kann ich dieses Spiel durchspielen, ey. Naja, jetzt habe ich auch einmal durchgespielt, ne? Und das hier habe ich einmal oder maximal zweimal durchgespielt, das Spiel. Wie gesagt, danach fallen lassen und nie wieder gespielt. Peerlips, mach ein... Ach ja, stimmt, das habe ich ja nicht gefunden, ne? Ah, scheiße. Ich glaube... Keine Ahnung. Also fehlen mir jetzt nur noch Ziele, wo ich keine Ahnung habe, wie ich die lösen sollte oder wo das war. Ja, dann werde ich eben das machen, was ich jetzt denke. Oder beziehungsweise, nein, was ich auch tun werde eben. Ich werde die Pricks nachlesen, nachgucken, wie auch immer. Damit ich die hinter mir bringe und dann, ja, schneide ich die rein, dass ich es hier geschafft habe oder wie man die schafft. Äh, oh ja. Und dann beenden wir diese ganzen Scheißuhren, so ein Level. Und dann sind wir im nächsten Part dann auch im nächsten Level. Und hoffentlich schaffen wir dann alle da Ziele. Und wenn wir überall in allen Levels dann eben alle Amateurziele haben, dann sind wir da Buh-Rofi und dann können wir die anderen Ziele machen. Und dann können wir noch mehr durchdrehen, weil die Ziele dann noch behinderter sind. Und wahrscheinlich auch wieder noch mehr Kombo und Kombi-Kombo-Scores und normale Scores. Und, ach Gott, ey, ich hasse das Spiel. Ja, ja, ihr habt's gehört. Bis gleich. Ja, ja, ihr habt's gehört. Ja, ihr habt's gehört. Ja, ihr habt's gehört. Ich will die ganze Zeit wieder Liptricks machen. Er grindet, er grindet, er grindet. So ein Hurensohn. Ich hasse es, ey. Dieses Spiel ist so furchtbar. Ich glaube, ich kann das Spiel auch hauptsächlich wahrscheinlich nicht mehr spielen, weil die Frame-Rate in dem Spiel aber so hart gering ist. Und gelegentlich ruckelt das so heftig, ey. Oh Gott, ey. Und warum hat er das immer nicht gezählt? Ich wusste, dass er so Tomston das Ding ist. Ich hab das sogar gegoogelt. Aber warum... Warum kam dieses dummes Ziel nie? Das... Das... Ja, siehst du, jetzt kommt er auch wieder nicht. Muss ich die verstehen, ne? Warum das Wahlkommel mal nicht kommt. Oh, dieses Spiel ist einfach dumm, ey. Okay, siehst du, jetzt krieg ich das Video die ganze Zeit nicht. Ich schließe nicht, ey. Ich verstehe dieses Spiel einfach nicht. Okay, ja, also das Ziel muss ich irgendwie verpasst haben, das Vorstil hier. Aber hier gab es noch irgendwo ein anderes Ziel, wo ich, ja, letztes Mal dran verzweifelt bin. Ja, ich schau mal, wo das ist. Fick dich, du Scheiß-Kombo. Fick alles, Kacke, ey. Fick alles, ey. Drecksau, ey. Dreckscheiß-Ziel, ey. Misstouren-Sohn-Ziel. Ist das ein dummes Ziel gewesen, ey. Leck mich am Arsch, ey. Die Ballons drehen völlig durch. Mal sofort. Äh, äh, äh. Wumpflixen. Und manchmal resetet die sich und dann kannst du wieder unendlich grinden. Ich verstehe es einfach nicht. Gott, ey. So buggy, der Spiel, ey. Krass aus. Ich glaube, wir haben jetzt sogar alle Ziele geschafft, ne? Hab ich die Leute noch? Ja. Okay, gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Äh, und dann geht es weiter mit dem nächsten Level. Äh, warte, wir müssen mal... Äh, ich schenke das mal ab hier. Gib auch mein Geld aus. Äh, Geld ausgeben, ne? Das haben die, glaub ich, wirklich nicht mal vom zweiten Teil verändert. Super. Super. Applaus, Applaus, Applaus. Äh, ich weiß gar nicht. Wer ist für den Port zuständig? Keine Ahnung. Genau, wie war verprügelt. Im Gegensatz zu für den Kronos Pro Skitter 3-Fassung? Viel besser, viel besser, ey. War die. Oh ja, Tempo. Gib mir Tempo. Weiß gar nicht. Willst du noch Fußwechsellänge irgendwas? Keine Ahnung. So, gehen die Level-Auswahl. Ich glaube, ich hab immer noch nicht gespeichert. Was soll ich mal tun? Was soll ich mal tun? Äh, was soll ich mal tun? Laden. Mäh. Gut, ja. Schwierigkeitsfragezeichen. Shipyard haben wir noch und Sivas. Shipyard war richtig scheiße. Sivas? Was war Sivas gewesen? War das dieses Untergrundding? Nee, das war ein Exit dafür, glaub ich, ne? Oder? Äh, ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber allein wahrscheinlich die Level-Auswahl werden mich schon alle, äh, die ganzen Ziele werden mich schon zur Weichung bringen. Weißen San Francisco, glaub ich, auch alle? Oder stand da nicht, dass es Dings war? Keine Ahnung. Äh, keine Ahnung. Äh, ja. Wir werden es erst in der nächsten Episode rausfinden, äh, weil ich erst in der nächsten Episode da reingucken werde. Gut, Leute. Lebe wohl. Lebe wohl. Tschüss. Tschüss.